Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Timo Lenz und wahrscheinlich wie viele Eltern von schulpflichtigen Kindern darf ich auch jedes Jahr wieder daran teilnehmen, wenn es darum geht, den Schulbedarf einzukaufen für meine Kinder. Und das ist wirklich ein Einkaufsmarathon. Ich stehe da im Laden meines Vertrauens mit so einem Zettel, der sieht ungefähr so aus, zumindest nach dem Kampf. Ich bin umringt von ziemlich vielen, teils gestressten, teils schon leicht aggressiven Eltern von Verkäufern, die anscheinend auch keinen Plan haben und von meinen Kindern, die tragen jetzt nicht gerade dazu bei, dass es irgendwie entspannt abläuft. Viele von Ihnen werden es kennen. Wenn ich dann schon zum wiederholten Male an die Wand der vielen Hefte gehe und zum fünften Mal das linierte Heft DIN A5 mit großem Rand rausholte und meinen Wagen so langsam Richtung Kasse schiebe, wo die Schlange schon viel zu lange ist, kommt mir ganz kurz der Gedanke, habe ich auch das Richtige und habe ich alles für meine Kinder? Ich verschmeiße den Gedanken gleich wieder, weil ich will nur noch an die Kasse, ich will bezahlen, ich will raus, ich habe die Schnauze voll, mir steht es bis hier. So ist die Idee entstanden, wir mit Easy Schulbedarf wollen dieses Problem lösen und wir fangen da ganz vorne an, wir gehen zu den Lehrern. Wir bieten den Lehrern ein Online-Portal, ein intelligentes Intranet, auf dem sie digitale, akkurate und saubere Materialisten erstellen können, die wir Eltern dann online einsehen, noch ein paar Variationen vornehmen und mit ganz wenigen Klicks bei unserem lokalen Händler vorbestellen oder uns nach Hause liefern lassen können. Für die Kinder soll natürlich das Einkaufserlebnis bleiben, die bekommen so ein schönes Paket nach Hause und ich garantiere, die freuen sich genauso wie die Dame zu Hause über ein Zalando-Paket. Ich habe es probiert. Ja, wer sind wir? Wir, das bin zum einen ich, verantwortlich für das Business Development, das ist Martin Graf, zehn Jahre Erfahrung bei einem Ebay-Shop, Top Ten der umsatzstärksten Ebay-Shops in Deutschland nach wie vor, und Lars Mayer, das ist unser Mann an der Lehrerfront. Wir bieten mit unserer Lösung den Schulen und Lehrern ein intelligentes Intranet kostenlos zur Verfügung, für Eltern einen einfachen Einkaufsprozess und Sparpotenzial und für den lokalen Einzelhändler komplett in Deutschland wieder die Chance, an einem Markt teilzuhaben, den sie vielleicht schon lange verschenkt haben und aufgegeben haben. Und dieser Markt ist groß, den darf man nicht unterschätzen. Der Markt in Deutschland für unsere Zielgruppe von der Klassenstufe 1 bis 10 an allgemeinbildenden Schulen sind 7,3 Millionen Schüler. Jeder dieser Schüler gibt in der ersten Schulwoche 50 Euro aus, besser gesagt, wir Eltern. Das macht einen Markt von 365 Millionen Euro. An diesem Markt wollen wir teilhaben und visieren einen Marktanteil von 4% im Jahr 2019 an. Refinanzieren tun wir uns mit einer kleinen Servicegebühr gegenüber den Einzelhändlern, die mit uns mit zusammenarbeiten. Dann ist auch schon die Zeit fast rum. Für die, die noch keine Kinder haben oder die Kinder noch nicht schulpflichtig sind, ich hoffe, Sie bestellen bei Easy Schulbedarf und müssen nicht in den Einkaufsmarathon. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.